Eigentlich war das eine gute Runde von mir. Ich wurde verfolgt und ich wurde halt, äh, also Einzel, wurde ich dann geputzt, aber ich war High Ground und er konnte nur über die Treppe kommen. Da war der dann tot, ne? Scheiß Franzose. Ja, weil Einzel macht doch Kopfgeld am meisten Spaß, wenn du wirklich quasi 1 gegen 1 bist. Wenn ich zur Zone fahren, kommt so ein komischen Typ da und will mich per Quad runterschießen, dann bin ich ausgeschieden, hab den geheadshotet und dann, äh, war der los. Der war einfach nicht mehr. Was, auf, da landen noch zwei andere. Der ist down. Der ist zu brei. Um, 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 um. Der fixat ihm ist... Ja, ja, der Hure. Soll der andere auch kommen, ich hab sie vier, Alter. Komm her, Alter. Ich hab so ne Uzi, Junge. Das hatte... Der ist ne Stormgewehr, wenn du benutzt. Das ist ein Stormgewehr. Ja, perfekt. Hier ist noch ne Panzerung. Hier ist noch mehr Panzerung. So, dann gucken wir mal, welches Mission starten wir dann. Geht's zur Aufklärung oder Kopfgeld? Ja, lass mal aufklären, dann können wir das auch machen, gell? Brauchtest du mal? Ich hab noch hier nen Drop für dich. Hast du schon alle zehn oder was? Ja, ja, das war, ja, eben. Aber hier ist ja gar keiner. Der wäre so oben sein wahrscheinlich. Ja, ja, ich hab nie. Hier ist ne P90-Univers. Ich hab 10 zu vergeben. Ich höre Schritte. Ach, da bist du auch. Der fährt da hoch. Der fährt hier mit dem Auto rein, glaub ich. Ja, ich bin hier gestern mit dem Auto reingefahren. Feinde landen im Einsatzgebiet. Oder sollen wir das hier starten? Ja, ich bin schon. Dann haben wir das schon mal. Egal, okay. Oh, oh, das ist der U und so. Komm, lass uns den Fieken. Warte mal, warte. Ich hab nur nicht losgeheizt. Tot. Ah ne, das ist ein anderer. Ey, von hinten auch noch. Die Feiner, das kommt wieder in Ordnung. Ich hab doch genug Zeit. Okay, ich hab dich. Da ist noch einer. Also der mit Kopfkill. Ja, hinter dir. Ja, ich wollte schnell eigentlich... Ich war... Ja, die waren zu zweit. Scheiße. Aber wie ich's die anderen zwei gefickt hab. Boah. Also die zwei hätte ich auch nicht gefickt. Das ist halt das Problem. Die anderen zwei hab ich ja noch gerade so gekriegt. Was willst du denn? Was ist denn? Pass gut auf. Du wirst bald da drauf. Mach dich kampenbereit. Du bist gleich dran. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, gehst du mir an die Vorten. Aber wenn du verlierst, du bist auf. Der ist links. Deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Der ist immer noch links. Immer noch links. Jetzt geht er in die Mitte. Ja, ja. Der feller Wichser. Kann ich hier noch ein Auftrag tragen? Ja. Würde ich sagen, ich schalte sie. Aber warte, ich warte, bis du Gulag fertig bist. Dann Team, ich bin wieder eingesetzt. Ich starte den. Mach's, hör auf. Bist du denn? Bist du bei der Suchmission oder bei der Erdungsmission? Gibt's hier noch ein System? Da ist ja nur Aufklärung. Leider. Aber die Suchmission ist weg. Ja, einfach nur starten. Klar können wir das vielleicht auch machen, aber... Dann haben wir auf jeden Fall zwei. Lass uns dann hier ins Haus gehen, erstmal was looten. Ziel aktualisieren. Diese Position sichern. Ja, ja. Mit du hast du... Mit du hast du... Ja, nur... Und wie denn dieses Scheiß 1 ist so, es war doch... Und trotz... Man, ich hatte ein gutes Sturmgewehr, Mann. Ich hab so... Diese Dings Aka. Also nicht schlecht. Hier, Dennis, komm mal her. ich habe eine schutzweste gefunden hier wenn du brauchst aber ein sturmgewehr sturmgewehr habe ich ich habe die dingstag hier war einer er war ich unter der kreppe will das jemand haben hier im bus ist auch noch einer hier ist auch diese blaue AK ich habe meine ich habe sogar zwei drin jawohl P90 perfekt oh das sniper gewinn noch besser ich habe Munition Philipp ich habe Munition komm her ich hoffe da kämpft die jetzt hier ist eine grüne MPW wer jetzt hast du blau oder ich habe entweder dieses Sturmgewehr oder dieses Sturmgewehr ich habe jetzt die AK und ein sniper gewerbt das ist eine gute Ausrüstung unterwegs ja lass die erst mal holen ja geh du hol ich gucke wegen das Gas weitet sich aus Sicherheitszone verlegt das sind auf jeden Fall zwei Teams hier in der Nähe feindliche Drohne überhaupt ja jetzt haben die Drohnen angemacht ich habe auf jeden Fall jetzt meine Auffassung Märke kommicia ich habe Herzlabsensor danke ich habe auch Herzlabsensor als hätte er drei raketenwerfer auf dem rücken ich weiß nicht wo das ist hier ich mag hier mal kurz ich hab da ein claimer hingesetzt bei der anderen dinge ja meine waffe die exkredit wissen wir dass die da sind oder waren die auftrag aktualisiert ein neues ziegabjekt wurde identifiziert das ist genau mein ding oh scheiße hab's aber nicht viel munition für weiß auch nicht hier sind noch menge kisten für dich drin ja wenn er jetzt ein nach oben müsste ich kotze ist noch aufklärung warte ich markier die mal nein ich weiß wie wo das ist aber ich komme hier wegen dem stein ich habe meine platte nämlich schon die ganze zeit voll ja ich habe sechs ich habe fünf ich hätte die ganze zeit eben noch mehrere aufheben können ja das beste ist halt meine waffe ist bald auf level 50 gut also fast vorher die ak habe ich ja schon auf 68 hier gibt es ja nicht geht es ja nur noch hier um farben quasi ich guck mir jetzt hier eine headshot da hat nichts zu stellen da muss ich ja headshots machen ja wenn ich kann ich hier aufgeben ja nicht nur headshots sondern auch auch einfach nur hier dings machen ich hab ein Gefühl soll es hier aufstellen ne brauchst du nicht also gehen dann am besten schon mal in die nächste zone oder wenn wir dann hier zudem da oder sonst vorher zu dem gehen oder zu dem gehen das da und dann sind wir da in der zone weißt du also zu dem da da ist dann auch wieder mit dem Munitionstyp ja falls man dann braucht ich habe auch voll aber falls man dann unterwegs ein bisschen gefeilt hat kann man sich dann wieder Munition kaufen und holen weißt du jetzt ist im airport mehrere aufklärung uhren scheiße ja wir haben ja acht im auto zwei autos zwei stück komm hier komm hier du lass uns hier hinterher verstecken hier können die uns auf jeden fall nicht überfahren die Dingser ich gucke ob da vorne im haus ist laut Herzschlag nix ich markier doch mal neu den Händler du bist ein bisschen angespült ne keine Ahnung bei mir bist du angespült kann sein hier ist auf jeden fall noch ne box die ich aufmachen aber ich hab die 10 stück Dinger jetzt auch fertig ja die ist voll einfach werden also ich koff mir dann jetzt selbst Wiederbelebung und ne Gasmaske ja ich auch glaube ich kommst du da ara uh uh Oben ist ein Auto, aufpassen, aufpassen. Da sind zwei Stück, das sind, warte, warte, wir müssen erstmal dafür hochkommen, da sind zwei Stück, da hinten kommt noch ein Auto. Ah man, okay, der andere fährt woanders lang, also sind zwei Stück, muss aufpassen, sie fahren weg einfach, die Pisser, da gucken wir mal, Selbstwiederbelebung, Gasmaske, ich hole dann auch mal ne Höhe, da wo gehen wir dann hin, gehen wir da ins Haus rein und camp cultures oder Drohner aktivieren nee ne er kann nicht dicken Zeke Schwitz, die drüben Na nehm ich schon mit. Dei. Lass uns noch da oben oder willst du hier? Du musst so jetzt entscheiden Nein! Baah.. Ich wollte um die Tür zu machen, hab ich ne halte Waffe ausgewählt Ey, mach doch doctor lass hier oben campen Mack quiere zu 4 und so oacción allerdings leser Prozent bei den einen Sandpackings geworfen aber leider nur das Zaun getroffen Rätenwerfer also bei der einen Tür habe ich jetzt hier Annäherungsmiete hingelegt ja wir können ja hier noch chillen ne paar Minuten naja ist ein paar Minuten ist ja die nächste Zone hier ja paar Minuten kann ich mir ja hier für Pause machen ist bestimmt die ist dann hier oder so die bei Damm oder so Moment vergessen wir das ich mag auf jeden Fall wenn die nächste Zone also wir sind ja schon in der nächsten nächsten Zone naja und da oben willst du wenn das Gas bei uns kommt auf jeden Fall macht er Drohnen an aber hier jemanden Luftschlag auf den Turm gegeben aber lässt gar keiner drauf da sind die Leute drauf ey feindliche Drohne über uns da ist irgendjemand in der Nähe hier ey hier wurde einer gekillt ich hab immer noch keinen Sieg ne ey das ist jetzt mal 78 äh mal 79 das Spiel ne ja Bei uns ja 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 da ist ja ja so ja da ist ja 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 Alala Schill Wir müssen ja eh hier hoch Höchstens Wir schindern hier so, da können die uns nicht wegschneiden Bleiben Einen Moment hab ich überhaupt keinen Bock auf Rainbow Ja, Auto Sack, wenn die kommen Warte, geh mal weg Der ist voll weit weg Ach da unten war einer, ein Auto, hast du? Ja, ja, klar Ich hab sie da hinten sitzen halt Warte, ich hab ein Fahrzeug gefunden Drücke vor Die sind auf jeden Fall da in deinem Haus Hinter mir, auch fuck von hinten, alter Schau auf, na los Schau auf, ich komm jetzt bestimmt hoch Kann ich aber Kann ich aber Äh Holen, dich holen Wer ist aufgeschaltet? Beide tot Alles easy Ich bin einfach nach hinten gekommen Hehehe Warte, mich ficken, weißt du Hier ist so ne MP7, wenn du willst Ich hab MP7 Der ist auch meine, äh, zu einfach Ich fisch, ich fisch was ab die, genauso wie die andere Ha, die haben sogar geilen Kulak mehr Ha, die Hure Ha, die sind tot Boah, ich liebe meine Waffe mit Schalldämpfer, ne? Schalldämpfer und Reflex Jetzt muss ich sie nur auf Gold Hast du Panzer, hast Hast du Panzerung voll? Ja, ja Okay, ich auch Digga, wir sind Top 16, alter, wär das gestern so gewesen, war geil Ja Die Frage ist, gehen wir jetzt irgendwo hin schon mal, oder bleiben wir erstmal noch hier Campen? Warte, 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 Moment Die Zone könnte da oder da sein Ne, vor allem kann es gut sein, dass jemand hier an die Einkaufsdienst will Ja Und ich kann da Drohnen anmachen Auf jeden Fall waren da hinten ein paar Leute Also einer war da Ja, hab ich da auch einmal angehittet, aber Weiß ich nicht, wo der da lang gegangen ist Ja, der kommt rein Hast du das? Nein, nein Shield break Andere, die Tür, andere Tür Das Gas weitet sich aus, Sicherheitszone verlegt Wo ist der? Der ist ja hingegangen Ich weiß nicht Weil da hinten kommt auf jeden Fall noch jemand da Oder ist der jetzt oben Ich hoffe nicht, dass der jetzt oben ist Ich weiß nicht, wo der da ist Ich weiß nicht, wo der da ist Ich weiß nicht, wo der da ist Ach, oben beim Dings ist einer Und unten bei dem Auto ist der Ja, oben auf dem Dach ist einer Wer ist down? Er ist angehittet Der einfach Schelect- Breaker aiser Verborg Und oben ist auch noch einer Also ist der da auf dem Auto da hinten Ist bei einer irgendwo Muss dieses Auto Ach, der ist unten auf der Straße Genau, das ist als Erster Hani als ich den hol ich jetzt doch nicht da unten er rennt da runter dahin wir müssen auch rennen ja der ist auf jeden fall da runter gerannt und hinter uns ist auch noch einer müssen wir aufpassen ja das ist nur einer ja trotzdem der eine kann uns trotzdem ordentlich ficken wenn er will da ist er hast du ihn gesehen ich habe markiert gehabt da ist er hingerannt gerade der wix gucken ob wir den kriegen also auch cool ist hier ist auch wieder 50 meter ungefähr 39 meter 20 meter der ist hinter der wand hier sehr wahrscheinlich in dem haus drin 12 meter dessen im haus hier tot aus der gasmaske oder hast du hier ist noch 24 wenn du willst hier ist da hier oben ist noch zwei stück sind da ja ich muss sie weg ich muss sie weg die kommen auf jeden fall hier ich habe ich habe ich habe ich habe hier ist keiner mehr so beide dauerung ist keiner mehr da geht es so wird am besten hingehen drüben sind irgendwo leute ich mal gucken ob sie von ihrem sniper sehe also das ist auf jeden fall ein bisschen weiter gehen die zone fängt jetzt an aber das ist scheiß zu mir jetzt alter ja das ist richtig mies wir haben kein high ground die haben high ground wir haben nur zwei da oben da oben da was das für eine scheiße da waren die auf jeden fall ja ich sehe die schüsse die schießen gerade auf die 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 ich beschossen habe ist doch gut guck auf ich guck auf beides ich gehe hinter den schreien kaum weiter nach vorne insticken ich gehe da hin da ist einer draußen und da ist auch einer ok der eine ist dauerung da habe ich gemacht sicherheitszonen wird verlegt wo ist der andere hin da drüben beim haus ist noch ein bisschen um kümmern da ja zwei stück zwei stück sind da die finken aber es ist gegenwärtig einer ganzes team dauernd da ist immer noch einer komm genau scheiß ich krieg den nicht F***t haben wir euch alle! Aua, Lacko! Zweiter Sieg! Das wird aufgenommen, Junge, das hab ich jetzt aufgenommen! So Leute, erster Sieg!